So Freunde, herzlich willkommen zurück bei Lucky in Spawned, ich bin euer Bombay und ich werde am Start im neuen Studio, Leute. Wir zocken heute ein bisschen Rocket League, aber erstmal gibt es die Werbung von unserem Sponsor, Leute. So Freunde, ihr kennt das alles bereits, aoeah.com, eine geile Seite für Ingame-Items, unter anderem eben auch für Rocket League. Und bei eurem nächsten Einkauf dort erhaltet ihr mit dem Rabattcode Bombay 3% Rabatt, also geht erstmal schön shoppen. So Freunde, ich bin wieder am Start. Ich habe jetzt die letzte Woche oder eigentlich etwas mehr, glaube ich sogar, die Zeit damit verbracht, das Studio hier umzubauen. Ihr werdet erstmal nicht viel davon merken, außer das hier. Ich kann hier wie ein Affe auf Koks jetzt rumwedeln und ihr seht fast meine ganzen Armbewegungen. Ja, vorher war das immer hier so abgeschnitten, da war ich so Berndtas Brot mäßig, musste ich hier sitzen, damit alles auf Kamera gepasst hat. Das ist jetzt schon mal Vergangenheit, da bringt natürlich auch ein paar andere Features mit, das neue Studio. Aber dabei belassen wir das heute erstmal, denn wir zocken ein bisschen Rocket League. Bin ich gut drauf? Überhaupt nicht. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Training gemacht und es fühlt sich einfach scheiße an, aber es ist total egal, Leute. Wir machen hier alles for fun und wir suchen alle Spielmodi und vielleicht schaffen wir heute den Aufstieg in C3 im 2 gegen 2, Leute. Das wäre richtig geil, aber ich glaube, bei meiner Form wird das eher unwahrscheinlich. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß. So, Leute, erstes Spiel haben wir ein 3 gegen 3, wenn die restlichen denn auch noch kommen. Und ich bin mit Moop, Tito und Sneebrick. Achso, warte mal, ich muss nochmal gucken. Warte, Spielstopp, Spielstopp, ja, alles klar, stimmt. Okay, ich weiß nicht, was meine Mates aber ein Kick-Off gemacht haben. Aber da kriegen wir aber wieder ausgeglichen. Also meine beiden Mates sind halt in einer Gruppe. Hat sie da nochmal was dran? Nee. Na gut, der geht wohl vorbei. Den zweiten hätte sie auch lassen sollen. Oh. Wo ist der Mate? Alles gut, ich meine. Starker Schuss. Das war ein richtig Kacke, was wir da vorne gespielt haben, weil der andere Mate hätte, anstatt auf den Ball zu fahren, vielleicht einfach lieber in der Mitte bleiben sollen. Aber, hey. YOLO. Achso, und ihr werdet feststellen, ich habe die Interface-Größe ordentlich verstellt. Ich habe mir ein bisschen mehr Platz verschafft, weil einige von euch wissen, dass vielleicht, ich bin halt auch blind wie ein Maulwurf und trage Kontaktlinsen, ohne die ich halt wirklich genauso gut mit Augen zu rumdrehen könnte. Und, ja, deswegen habe ich mir auch mal ein bisschen klarere Sicht verschafft, nicht? Und, ob uns das hilft. Wie war'n wir da so? Nee, aber Mate hatten. Komm' mal hierhin. Schön, der passt in die Mitte. Etwas feste für den Mate. Mate recovered. Ja, na schade. Den Wolli reden. Oh, der Mate. Starker Pass zurück. Schönes Passplay da. Einer tot. Mate kann da wahrscheinlich nicht hin. Doch. Er hätte locker hingekommen, weil die sich total vertan haben. Boah, schade, ey. Überleg mal den Dunk da, ey. Starker ist. Es fängt so geil aus. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, ich bohr das Spiel wieder um, ey. Leucht mich. Das Mann, so. De, de, de. Jetzt ist er da. Ein, der kommt doch nicht dran. Leister Pass. Und dritte. Ja. Ach, Leute, 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 ey. Es läuft nicht gut. Es läuft nicht gut. Ich setze mich mal anders hin. Damit rette ich das ganze Spiel. Die wollen schon wieder aufgeben. Hello, die Dunk da. Bei der Moral kannst du das Spiel nicht mehr retten. Ich gehe für Demo. Okay, das war glaube ich der schlechteste Trial für eine Demo, den ich je gesehen habe. Und traurigerweise war das ich. Oh, nice. Stark, kann ich nicht hin. Er macht selber rein. Macht er doch nicht. Hey. Ich kriege den Boost nicht. Hey. Und Tor. Hey. Es läuft. Es läuft. Einwand frei. Wir geben mal auf. Hat keiner gesehen. Nächstes Spiel. So, Freunde. Zweites Spiel wieder. Drei gegen drei. Weil Leid erste so unheimlich gut war, ne? Ich bin mit Professor Leid und Ziche. Ich habe Stick gedrückt. Deswegen sah das so aus. Man, ey. Ich hasse das. Wenn du so ein bisschen Druck hast und dann den Stick drückst, dann dreht sich halt dein Auto. Also wenn du auf dem Stick Luftrolle links hast. Also so ein Scheiß. Schön, der kann direkt Druck machen. Oh, ja. Schießt einfach fast direkt am Tor. Mate. Ich habe viel zu lange überlegt. Ich dachte, der Mate wäre hin. Kannst du nochmal? Stark. Sehr schön. Oh, wieso geht denn der Professor Leid da nicht mehr dran? Da ist einfach wieder gar keiner am Start. Ich lasse durch. Entschuldigung. Was nur? Das sieht nix aus. Sind doch immer wieder so Tricksbälle hier wieder, ne? Er braucht den Bus. Deswegen fährt er zurück. Ne, hat er stark gemacht? Hat er stark gemacht mit dem Boost. Nice, nicer Move da. Nicer Move. Die sogenannte Boost-Finte. Das Licht geht aus. Und er fährt mit. Oh, Leute. Ey, läuft hier drunter und drüber. Herrlich. Ja, ich habe leider nix. Ich kann nur so ein bisschen in die Mitte. Für den Mate. Kann ich nicht hin. Mate. Mate. Mate macht irgendwie gar nix. Da ist er. Ey, Junge. Was mache ich hier, ey? Ey, ich hätte irgendwie warm spielen sollen. Das ist katastrophal, was ich hier spiele. Der Exo nochmal buchstabiert, ey. Nein, das kassiert nicht. Block. Sehr schön. Sehr wichtig. Nein. Stabler Double. Und es steht schon wieder 3-0. Das darf doch. Und beide wollen wieder aufgeben. Ey, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Er schreibt schon GG, ey. Was? Da kacke ich direkt wieder flüssig, ey. Und Wande. Ja, okay. So weit kann man dann vielleicht auch mal machen. Nochmal Mitte. Sah fast aus wie bei mir gerade, die Szene. Der kommt natürlich doch nur über mich, ey. Wenn man hier weggeschobst. Ich jetzt mal der Mate. Hat keinen Boost, aber... Yo! Yo! Alter, richtiger Udini im Tor. Oh, fuck. Schade. Nice try eigentlich gewesen. Ja, dann mach du was. Ich hätte jetzt rübergepasst, aber... Hey. Ja. Hat er auch wieder stark gemacht. Starkes Sehen von ihm. Nice shot. Alter. Wir kriegen aber auch hier nichts rein. Und ich... Ich krieg den Scheißball nicht. Nicht? Nice. Ja, wenigstens hole ich die Torschüsse raus, ne. Auch wenn nix hilft. Nein, nicht da. Vielleicht da, da. Schade. Mal so Mitte. Nein, ich bring die Dinger rein und keiner macht sie rein. Stark. Er hat sich selber weggefaked. Ich... Du Nutte, ey. Da war meine Torchance. Nein. Schöne Demo. Lass... 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 Wieder 3-3... Wieder 3-3. Geil, ey. , gleich durch. Das... Nicht rumspielt er den. Die vertunen sich da wieder... Es ist okay, ich habe ja Vollboost, so sagt mir das denn keiner. Naja, ich sollte nicht zu laut sagen, meine Leistung ist heute auch sehr beschränkt. Oh, der ist gefährlich, der ist gefährlich. Alter, das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Was wir hier liegen lassen. Links rüber. Einmal rüber. Das gibt es einfach nicht, ey. Mein Team, mein Team hat heute noch kein einziges verficktes Tor geschossen. Einmal rüber zum Mate. Jo, und da kommt er natürlich so. Ach komm schon. Ne. Geiler Safe. Schnell weg, da hat den ihn, ey. Hast du, oder hab ich? Hat der ja. Passiert nix. Ja, aber ruhig dran. Ich will den da überlupfen. Oh, und dann der Abstand. Ah, schade. Oh, aber fast der Pinch, ey. Schade. Oh, der Mate. Der Mate steht da. Schade. Ich hab ihn leider im Bus nicht bekommen. Aber den noch. Einer hin. Einer hin. Einer hin. Einer hin. Einer hin. Die Pass-Plays, die laufen eigentlich. Was fehlt, sind die Tore. Ich kann hier eigentlich nicht hin. Warum starte ich? Warum ist das verboten? Mate. Mate, Mate, Mate. Nice. Mitte? Hui. Rüber. Oh, nice. Und dann wird er gebombt, ey. Nicht zu spät gesehen. Und rein. Free goal eigentlich. Lässt er liegen. Oh, scheiße. Nice. Nice. Ich muss niesen. Ne, du... Ne, jetzt ist weg. Ich hab ihn. Rechts rüber. Hatta. Ah, ich hätt lassen sollen. Ich hätt lassen sollen für ne Mate. Sorry. Ja, gut. Hatta. Spiel bitte nicht mich an. Klau mir bitte den Boost. Ach, wieder nicht drin. Wieder nicht drin. Ah, lass mich ruhig. Schön. Schöner Doppelpass mit ihm. Aber ist alles Gucci gegangen, ey. Ja, ich seh die Mates. Ich seh die Mates. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, ne? Aber ich seh die Mates. Rechts. 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 Oh, schade. Ob ihr den jetzt ruhig und gelassen lassen könnt. Oh, schade. Geil. Vorbeigepinscht, das Ding. Ne, hat der Mates. Rechts. Oh. Oh. Schade. Und sie lassen durch. Einmal Backboard. Keiner da. Ein keiner da. Natürlich. Stark. Stark. Geiles Ding. Ah, so. Erster Sieg, Leute. Wir machen noch ein Spiel, weil erste zwei waren Aufgaben. Angeblich. So, Leute. 2-2 mit JRB. Wollen wir hier den Sieg holen, ist das vielleicht der Aufstieg. Mate. Mate bleibt dran. Nice. Ich glaube aber, er hat den Boost nicht bekommen. Ja, dann. Alles gut. Mate, wie weit recovers du? Äh, rotierst du? Ja, keine Sorge. Schade. Schade. Wo ist der Mate? Kannst du mich drauf? Ja, der ist irgendwie... Ne, stark. Ich bin direkt mit der. Hau rein! Ja, ich weiß nicht, ob er auf mich gewartet hat oder warum der da so lange gezögert hat. Oder... Ah, schade. Ich dachte, der geht vielleicht hoch. Ah, ok. Passierte nichts. Nice. Nice 50 auf jeden Fall gewesen. Nicht viel Boost. Können wir mal anständige Boostungen nehmen. Ja, gut. Mate, du kannst drauf. Ah, fuck me. Oh Gott, komm schon. Nice. Ja, nice. Der Querschläger. Oh, stark. Ich kann nicht direkt hin. Zumindest. Oh, da machen sie stark. Schade. Er vertut sich da ein bisschen. Ich lass. Oh! Fuck! Was, ey? Alter, das gibt's nicht. Mach mal so einfach. Mate, mach den bloß rein, ey. Ich schwör's dir. Guter Schuss, ey. Ich bin links, wenn du kannst. Nice. Fake. Mate. Stark, ey. Stark gemacht. Geiler Fake gewesen, ey. Mate. Der war nix gut. Der war überhaupt nix gut. Das hätt nix. Aber gut. Nichts gut. Ui, 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 ui. Ordentlich Whamster ihn da, wahr? He, he. Gar nicht stark. Mach direkt rein, Junge. Ist er? Ist er nicht. Der Double? Na gut, komm ich nicht. Der Double? Na gut. Komm ich nicht. Kann ich auch nicht. Komm mal hin. Ich hab den Mate. Ja, okay. Schade. Ich hab den Mate. Ah, komm ich nicht hin. Komm mal hin. Komm mal hin. Alles gut, Junge. Komm mal hin. Alles gut, Junge. Ich hab den Mate. Schade. Sicher geholt. Oh, da hätt ich lieber mehr von unten ran springen sollen. Ohhhh. Macht er nicht. Macht er einfach nicht. Oh. Ah, etwas slower. Wir sollten gut aus der Sache rauskommen Da kann ich nicht direkt hin Uiuiui Uiuiuiui Was mach ich denn hier Da, du kannst ruhig drauf Nice Das war ein Ziemlich mieser Fake von dem Dude da Von dem Da war ein richtiger Disaster Fake Passend zum Namen Oh schade Ich hab so einen Butterweichen Pass bekommen Der aber ins Leere führt Das war ziemlich instabil Von mir Weil der bald wieder erwarten Diesen dreckigen Scheißabstand hatte Schön Schön ruhig geblieben da Das war wichtig Ja du kannst es sonst ruhig machen Oh sorry Fuck Ah ok Alles gut passiert nichts Das ich ruhig den Booster holen Oh nice Demo ey Nice Demo Ja gut Ist egal Egal Karl Annal Kanal sag ich da Demo war richtig nice Und dann da Ja ist egal Komm Schwamm drüber Ist vergessen Immerhin schon sieben Sekunden Ja Nicht wer hat bestimmt mit Ja verrückt Nichts mehr riskieren Ja Was ist der Pinch da noch nicht richtig Oh Leute ist das der Aufstieg Ist das der Aufstieg auf Zipp Alter Jawoll Und da ist auch nochmal drin Nochmal einmal dabei sein hier Nochmal alle sind dabei Und so weiter GG So jetzt sind wir mal gespannt Wir bleiben mal dran Und Ah Fuck Noch nicht Wie viele Aufnahmen haben wir Ja Leute Wir haben genug Wir haben genug Aufstieg machen wir nächste Folge Oder vielleicht im Stream Mal schauen Freunde Jeden Sonntagabend Stream Bis auf letzten Sonntagabend Wegen dem Umbau eben Ja ansonsten aber Jeden Sonntagabend Und ich werde gucken Dass wir den in der nächsten Zeit Auch unter der Woche hinkriegen Leute Haut da rein Bleibt da sauber und gesund Und bis dahin